Herzlich Willkommen zum Preni-Log, ich bin Preni und das ist mein Log. Heute sind wir etwas kürzer, weil ich habe gestern ja schon ziemlich alles erzählt, was ich letzte Woche so gemacht habe mit der Animog. Und entschuldige, das ist etwas düstere Licht, aber es ist so dieses Ding zwischen, es ist noch eigentlich Tag draußen und das Licht würde nicht viel machen und es ist eigentlich dunkel, weil es es bewirkt wie Sau. Und ja, ich habe letzte Woche mich wieder mit Persona 4 Golden beschäftigt, aber vor allem auch mit einem anderen, ich würde es mal Rollenspiel nennen, das ist ein Rollenstrategiespiel. Das ist Fire Emblem Awakening, das endlich seinen Weg nach Europa gefunden hat. Ich habe zuvor schon die Demo gespielt auf dem 3DS, nachdem ja jedes Videospiel, Webseiten, Portal der Welt geprägt hat, wie toll dieses Spiel ist und ich bin echt begeistert. Ich habe davor noch nie wirklich ein Fire Emblem gespielt, ich habe zum Beispiel mal in den Game Boy Advance Teil reinbekommen, den ich mit meinem 3DS sozusagen geschenkt bekommen habe. Und als das Gaia-Spieler waren mir die Fire Emblem immer ein bisschen zu, ich möchte es nicht sagen, nicht sagen langweist, das ist das falsche Wort, zu steif. Das Gaia ist sehr übertreten abgefahren und da wirkt dann eben, mir hat das System von Fire Emblem gefallen, aber die Art, wie die Geschichte erzählt wurde und so, hat nicht so gezogen bei mir. Und das hat mir auf Anhieb besser gefallen bei Fire Emblem. Sie haben mir eh gesagt, es ist für Neueinsteiger ein bisschen besser als die anderen Teile. Es war ja anscheinend sonst ein relativ happiger Schwierigkeitsgrad vorher schon bei dem Ding. Man konnte auch am Anfang wählen zwischen Casual und Normal. Casual heißt, wenn Charaktere sterben, kommen sie wieder zurück. Normal wäre Insta-Deaf, also Insta ist falsch, Permadeaf. Das heißt, wenn Charaktere sterben, dann sind sie tot. Und ich muss sagen, ich habe die Casual-Variante gewählt, weil ich eben in der Hinsicht mich nicht voll investieren wollte in das Spiel. Ich möchte da nicht ewig lang dran sitzen, ich möchte meinen Spaß haben einfach ein bisschen und dann gucken, wie weit ich komme. Und ich musste dann irgendwie merken, nach den ersten paar Missionen, dass ich doch ganz gerne Permadeaf gehabt hätte, weil irgendwie die Charaktere wachsen einem schon so ans Herz, weil es sind nicht irgendwie random Generäle, die halt einfach nur so, ich bin Bogenschütze A, ich bin Lanzenträger B, sondern sie haben alle einen Namen. Und sie haben alle eine Persönlichkeit, jedenfalls so weit wie ich bin. Ich weiß nicht, ob es sich noch ändern wird. Und mir ist schon mal einmal fast jemand weggestorben und ich habe gefiebert und gefiebert und ich möchte gar nicht wissen, wie hart das gewesen wäre, wenn ich da den Permadeaf gehabt hätte. Aber auf der anderen Seite hat auch Leo zu mir gesagt, der Konsens, wenn man mit Permadeaf spielt, ist wirklich, ja, ich lade den Spiel schon neu, fange einfach nochmal von vorne an mit der Mission und so weiter. Und ja gut, das zerstört schon ein bisschen natürlich den Sinn dahinter. Und ich verstehe auch, dass man lieber neu lädt, wenn man irgendwie so 30 Stunden in die Aufzug vom Charakter gesteckt hat, dann wahrscheinlich auch noch irgendwie da zwei Charaktere fusioniert sozusagen mit den Fähigkeitspools. Ich bin gespannt, wie das Spiel hingeht. Es macht sehr viel Spaß. Ich bin, ich habe irgendwie so ein bisschen wieder meine Liebe für dieses Genre entdeckt, jetzt seit ich, also für die langsameren Genres, seit ich wieder Persona 4 Golden spiele. Und ja, wird wahrscheinlich relativ viel Zeit fressen, zusammen mit Persona ist es wahrscheinlich echt hardcore. Ich bin froh, dass ich die beiden Spiele auf dem Handheld habe. Ein anderes Monster, im wahrsten des Wortes, ist Monster Hunter. Das ist immer noch nicht so weit gespielt, da habe ich einfach beim besten Willen nicht Zeit zu. Ich versuche gerade die kurzen Spiele noch durchzuziehen und selbst da komme ich nicht wirklich dran. Eines der Spiele ist eben God of War, da habe ich auch schon ein bisschen drüber geredet. Das habe ich ja schon zu weit gespielt, dass ich sagen möchte, lass es liegen. Dann Gears of War und ich bin nur froh, dass gerade so ein bisschen Flaute ist, was Releases angeht auf den großen Konsolen und das erst mit, für mich jedenfalls, erst wieder mit The Last of Us eigentlich wichtig wird. Muss man gucken. Jetzt kommt ja auch noch das Pokémon Mystery Dungeon von 3DS raus im nächsten Mod und das Donkey Kong von 3DS. Also viel zu tun auf dem Handheld. Ja, mehr mag ich gar nicht zu sagen, als dass ich bin gespannt, wie Fire Emblem sich entwickelt. Es scheint ein super Spiel zu sein, ich mag die Sequenzen, ich mag die Designs. Auch wenn ich es seltsam finde, dass die Charaktere keine Füße haben. Das stört, stört auch andere, die ich kenne, aber das ist eher so kleinere Sache. Gut, das war es von mir soweit. Ich hoffe, ihr startet gut in die Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein erholsames Wochenende, als ich, auch wenn ich da viel Spaß hatte. Wenn ihr nicht wisst, warum ich so ein stressvolles Wochenende hatte, schaut einfach mal das Video von gestern an, wo ich euch was über die Animoke erzähle. Und des Weiteren war es das für heute. Ich sage mal hier High Five und so. Und wir sehen uns dann am Freitag in einem neuen Video. Bis dahin, bye bye.